Hm, hast ne miese Laune, hm? Was nützt einem die tollste Cover, wenn man nicht die geliebte Frau zum Reinsetzen hat, hm? Was heißt Schnelltest? Was soll das für ein Test sein? Zwei Balken, was bedeuten aber zwei Balken? Hallo, haben Sie auch eine Verpackung für so'n Ding hier? Zeigen Sie mal. Schnelltest hellblau, sagen Sie, das ist doch ein Schwangerschaftstest, oder? Ja, genau, deshalb möchte ich es auch möglichst sofort wissen. Ich verstehe, warten Sie, ich hab Sie neben den Präservativen verstaut. Ich hab leider keine mehr. Die gehen nämlich zur Zeit weg wie warme Semmel. Frauen lieben es ja, sowas zu schenken, ein süßes Babylein zu Weihnachten. Und genau das würde ich gern wissen, ob das mein Geschenk ist. Ah, ich verstehe. Augenblickchen mal, ich hole meine Tochter. Angèle? Sie ist ein Zauberschatz und sie hilft mir so oft es geht. Sie kennt jedes Medikament auswendig, das ist beeindruckend. Angèle, was ist das hier? Entschuldige, Papa, aber ich habe aufgepasst, ich schwör's dir. Aber ich hab getrunken und hatte nichts mit, um mich zu schützen. Aber Schätzlein, ich hab genug Präservative, du kannst dir so viel nehmen, wie du brauchst. Du hattest aber keinen in seiner Größe. Wer war das denn? Das weiß ich doch nicht. Was heißt, das weiß ich nicht, der wird doch einen Namen haben, oder? Aber ich hatte was getrunken, wie soll ich mich da an die Namen der vielen Kerle erinnern? Ich glaub das nicht. Nicht die Ohren hängen lassen und schöne Weihnachten.